Ich begrüße Sie zum Video von der quartischen Gleichung zur kubischen Resolventen. Im letzten Video klassischer Allgebra Nummer 11 hatte ich gezeigt, dass sich mit Hilfe der linearen Schirrnaustransformation jede beliebige allgemeine quartische Gleichung auf die reduzierte quartische Gleichung bringen lässt. Und das sehen Sie hier rechts im blauen Kasten noch einmal zusammengetragen. Ausgangspunkt ist hier die nummierte quartische Gleichung, also die Gleichung z hoch 4 plus a mal z hoch 3 plus b mal z Quadrat plus c mal z plus d gleich 0. Wobei die hier auftretenden Koeffizienten a, b, c und d als auch die gesuchten Nullstellen z irgendwelche komplexe Zahlen sein können. Dann hatten wir durch die lineare Schirrnaustransformation, das heißt wir hatten die Variable z ersetzt durch eine neue Variable, w minus dem Koeffizienten a dividiert durch 4. Wenn wir das einsetzen in die nummierte quartische Gleichung, erhalten wir die rot eingerahmte reduzierte quartische Gleichung und die lautet dann einfach w hoch 4 plus p mal w Quadrat plus q mal w plus r ist gleich 0. Und die neu zu berechnenden Koeffizienten, also p, q und r, berechnen sich dann so, wie ich das hier in diesen drei Formeln hingeschrieben habe. Und bevor wir uns jetzt mit der Lösung dieser reduzierten quartischen Gleichung beschäftigen wollen, möchte ich zunächst einmal einige Sonderfelder hier betrachten, die sich im Prinzip ganz einfach lösen lassen. Und zwar der erste Sonderfall sei mal der Fall, dass der Koeffizient q gleich 0 ist. Wenn q gleich 0 ist, dann sehen Sie, dann geht unsere reduzierte Gleichung über in w hoch 4 plus p mal w Quadrat plus r ist gleich 0. Und hierbei handelt es sich dann um eine sogenannte biquadratische Gleichung, die man durch eine geeignete Substitution sofort auf eine quadratische Gleichung überführen kann, die dann mithilfe der p-q-Formel gelöst werden kann. Also diesen Fall wollen wir hier nicht behandeln. Genauso wollen wir auch nicht den Fall behandeln, dass beide Koeffizienten nämlich p und q 0 sind. Der Fall würde ja dazu führen, dass wir folgende Gleichung dann erhalten, nämlich w hoch 4 plus r ist gleich 0. Und das ist die sogenannte Kreisteilungsgleichung, die im Prinzip durch Ziehen der vierten Wurzel ganz einfach lösbar wäre. Also wir wollen jetzt im Folgenden, in diesem Video folgende Annahme machen. Wir wollen diese beiden Sonderfelder hier einmal ausschließen. Und die Annahme wird jetzt hier sein, dass sowohl der Koeffizient p ungleich 0 ist, als auch der Koeffizient q. Beide sollen hier also ungleich 0 sein. Dem italienischen Mathematiker Lodovico Ferrari, der ein Schüler als auch ein Mitarbeiter von Cardano war, gelang es im 16. Jahrhundert, also schon vor ca. 500 Jahren, durch einen genialen Trick, die reduzierte quadratische Gleichung zu lösen. Und der Trick besteht im Wesentlichen darin, die reduzierte quadratische Gleichung durch eine Differenz von zwei quadratischen Termen darzustellen. Das heißt, durch den folgenden Ansatz, und das möchte ich hier auch einmal hinschreiben, und zwar betrachten wir einmal die rot eingerahmte reduzierte quadratische Gleichung. Ich schreibe die 0 einmal links hin, also 0 muss gleich sein, w hoch 4 plus p mal w Quadrat plus q multipliziert mit w plus r. Und Ferraris Idee war jetzt, diese Gleichung zu schreiben, mit Hilfe einer Differenz von zwei quadratischen Termen. Und der erste quadratische Term, der hat in der Klammer folgendes stehen, nämlich w Quadrat plus einen Parameter Alpha. Und in der zweiten Klammer steht ein Parameter Beta multipliziert mit w plus ein weiterer Parameter Gamma. Und letztendlich im Prinzip diese Parameter Alpha, Beta und Gamma zu suchen, so dass im Prinzip hier diese reduzierte quadratische Gleichung gerade entsteht. Und dazu werden wir die Klammern einmal ausmultiplizieren, mit Hilfe der ersten binomischen Formel. Erhalten wir also w hoch 4. Dann geht es weiter mit plus 2 mal Alpha w Quadrat plus Alpha hoch 2. Dann geht es weiter mit minus Beta Quadrat w Quadrat, minus 2 mal Beta mal Gamma mal w und schließlich minus Gamma Quadrat. Das Ganze lässt sich noch etwas zusammenfassen, also sortieren nach Potenzen. Ich fange hier mal an mit w hoch 4. Dann kommen die Terme, die ein w Quadrat enthalten. Und das w Quadrat möchte ich hier auch gleich einmal ausklammern, so dass hier in der Klammer steht 2 Alpha minus Beta Quadrat multipliziert mit w Quadrat. Dann geht es weiter mit minus 2 mal Beta mal Gamma mal w und dann erhalten wir noch letztendlich hier plus Alpha Quadrat minus Gamma Quadrat. Und jetzt werden wir einen Koeffizienten-Vergleich machen. Ein Koeffizienten-Vergleich. Wir vergleichen jetzt also die Darstellung von Ferrari mit unserer reduzierten quartischen Gleichung. Dann sehen wir, dass der Ausdruck, der vor dem w Quadrat steht, jeweils gleich sein muss. Und das führt dann dazu, dass 2 Alpha minus Beta Quadrat, also das, was vor dem w Quadrat steht, gerade unserem p sein muss. Das ist unsere erste nicht-lineare Gleichung. Dann schauen wir uns den Ausdruck an, der vor dem w steht auf beiden Seiten. Auf der rechten Seite steht minus 2 Beta mal Gamma und auf der linken Seite steht q. Das ist dann die zweite nicht-lineare Gleichung. und schließt sich die absoluten Glieder, also r auf der linken Seite, muss gleich dem Term auf der rechten Seite sein. Und das ist da gerade Alpha Quadrat minus Gamma Quadrat. Das muss also gerade r sein. Und das ist die dritte nicht-lineare Gleichung. So, und wir suchen also, wie gesagt, das Alpha, Beta und Gamma so, dass dieser Ansatz hier, den ich hier nochmal rot einrahmen möchte, gerade erfüllt ist. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, aus diesem nicht-linearen Gleichungssystem, bestehend aus diesen drei Gleichungen 1, 2 und 3, diese Parameter Alpha, Beta und Gamma zu berechnen. Und das gelingt dadurch, indem man hier beispielsweise diese Gleichung mal versucht, nach Alpha aufzulösen. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Also ich fange einmal an, löse nach Alpha auf. Das ist der einfachste Fall, würde ich hier mal so sagen. Und das gelingt einfach dadurch, indem wir beispielsweise aus der Gleichung 1 zunächst einmal Folgendes schließen können, dass Beta Quadrat offensichtlich sein muss, nämlich 2 Alpha minus p. Das rahme ich hier auch gleich einmal ein. Das werden wir an späterer Stelle noch einmal benötigen. Und wir sehen aus der Gleichung Nummer 3, dass wir dort rausbekommen, dass Gamma Quadrat dasselbe sein muss wie Alpha Quadrat minus r. Auch das möchte ich einrahmen. Und dann nehmen wir die Gleichung Nummer 2, also aus 2, folgt dann durch Quadrieren auf beiden Seiten. Auf der linken Seite halten wir 4 mal Beta Quadrat mal Gamma Quadrat und auf der rechten Seite dann entsprechend Q Quadrat. Ja, was Beta Quadrat und was Gamma Quadrat ist, haben wir uns ja eben gerade ermittelt. Und daraus folgt dann, wenn wir das einmal einsetzen, dass 4 mal Beta Quadrat und für Beta Quadrat, da dürfen wir schreiben 2 Alpha minus p, multipliziert mit Gamma Quadrat. Gamma Quadrat wiederum ist aber Alpha Quadrat minus r. Und das Ganze muss dann offensichtlich gerade Q Quadrat sein. Und wir werden jetzt einmal die Klammern hier auf der linken Seite alle ausmultiplizieren und erhalten dann 4 mal 2 Alpha mal Alpha Quadrat. Das gibt offensichtlich 8 Alpha hoch 3. Dann 2 Alpha multipliziert mit minus r. Das Ganze mit 4 mal genommen gibt dann minus 8 r mal Alpha. Dann bestimmen wir minus p mal Alpha Quadrat. Das Ganze mit 4 mal genommen gibt minus 4 p Alpha Quadrat und schließlich minus p mal minus r. Und das Ganze mit 4 mal genommen gibt dann plus 4 p mal r. Und ich möchte hier dieses Q Quadrat auch gleich auf die linke Seite einmal mit rüberbringen, also minus Q Quadrat. Und das Ganze muss dann 0 sein. Und dann können wir schließlich noch hier die ganze Gleichung durch 8 durchdividieren und erhalten dann in der sortierten Reihenfolge folgenden Ausdruck. Und diese Gleichung, die jetzt hier entstehen wird für Alpha, diese Gleichung bezeichnen wir dann als Hilfsgleichung, als kubische Hilfsgleichung. Oder in der Mathematik sagen wir auch, das ist die kubische Resolvente. Resolvente heißt nichts anderes, ich schreibe das mal in Klammern hierhin, wie Hilfsgleichung. Also eine kubische Hilfsgleichung. Und die sieht dann folgendermaßen aus. Das geht los hier mit Alpha hoch 3 minus 1 halb p mal Alpha Quadrat. Ich sortiere also die Summanden hier etwas um, wie Sie sehen. Minus r mal Alpha plus 1 halb p mal r minus q Quadrat Achtel. Das ist also die sogenannte kubische Resolvente. Und die müssten wir jetzt im Prinzip lösen und würden damit dann drei Werte für Alpha im Prinzip herausbekommen, wie man eine kubische Gleichung löst. Das habe ich ja schon in einem früheren Videos, nämlich in den beiden Videos klassischer Allgeber Nummer 8 und klassischer Allgeber Nummer 9 ausführlich erklärt. So, diese kubische Resolvente, die möchte ich mal mit Stern hier bezeichnen. Und wir werden jetzt folgendermaßen im Prinzip immer vorgehen. Zunächst einmal müssen wir, ich gehe noch mal ganz nach oben hin, wenn Sie in den blauen Kasten einmal reinschauen, eine normierte quartische Gleichung vorliegen haben. Ist unsere Gleichung nicht normiert, müssen Sie eventuell noch Ihre Gleichung durch den Leitkoeffizienten, also durch die Zahl, die vor dem ZO4 steht, dividieren. Dann erhalten Sie die normierte quartische Gleichung. Danach führen Sie dann die lineare Chirnos-Transformation durch und gelangen dann so zu der reduzierten quartischen Gleichung. Damit können Sie dann P, Q und R ausrechnen, also die neuen Koeffizienten. Und mit diesen neuen Koeffizienten können Sie dann letztendlich auch die kubische Resolvente aufstellen, also die rot umrandete Gleichung, die ich hier unten hingeschrieben habe. Und schließt sich dann, wenn wir das Alpha gefunden haben, das möchte ich hier auch noch mal vermerken, dann können wir aus diesen beiden Gleichungen, die hier oben in schwarz noch eingerahmt sind, das Beta ausrechnen und das Gamma ausrechnen. Jetzt müssen wir allerdings bedenken, wenn Sie das auflösen nach Beta, erhalten Sie für Beta zwei Werte, nämlich plus minus die Wurzel aus 2 Alpha minus P. Ebenso erhalten Sie auch für Gamma hier zwei Werte. Gamma 1, 2 ist gleich plus minus die Wurzel aus Alpha Quadrat minus R. Das heißt also, Sie müssen dann noch schauen, welche Werte Sie für Beta und Gamma nehmen, denn diese Werte für Beta und Gamma müssen ja auch noch diese zweite Gleichung hier aus dem roten Kasten, ich umrahmen Sie ja noch einmal, die muss ja ebenfalls erfüllt werden. Das heißt also, Sie müssen Beta und Gamma so geschickt wählen, dass minus zwei Beta mal Gamma gerade den Wert Q ergibt. Und ganz zum Schluss müssen wir dann diese Churnhaus-Transformation wieder rückgängig machen. Das heißt, das Z wieder darstellen durch W minus A Viertel letztendlich. Und ich möchte das Ganze vielleicht einmal demonstrieren an einem konkreten Beispiel. Wir betrachten dazu einmal, der Einfachheit halber vielleicht, eine nummierte quartische Gleichung. Dann fehlt uns der Schritt des Nummierens hier. Und zwar betrachten wir einmal die Gleichung Z hoch 4 minus 3 Z hoch 3 minus 7 Z Quadrat plus 27 Z Z minus 18 ist gleich 0. Wobei wir hier die Koeffizienten A, B, C und D sofort ablesen können. A ist also minus 3, wie man sieht. B wäre hier in diesem Fall minus 7 und C wäre plus 27 und entsprechend D gerade minus 18. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. An dieser Stelle sei noch einmal vermerkt, dass der Rechenaufwand zur Lösung einer quartischen Gleichung den Rechenaufwand zur Lösung einer kubischen Gleichung bei Weitem übersteigen wird. Das heißt also, bevor Sie diese Lösungsformeln, die ich Ihnen eben gezeigt habe, hier anwenden, sollten Sie erst mal versuchen, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, diese Gleichung vierten Grades einfacher zu lösen. Beispielsweise durch Raten einer ersten Lösung und dann anschließend eine Polynom-Division durchzuführen. Und in der Tat, für dieses Beispiel wäre das möglich, dass man eine Nullstelle hier raten könnte und dann anschließend eine Polynom-Division durchführt und so auf eine Gleichung dritten Grades kommt, bei der man wieder in diesem Fall hier eine Nullstelle raten könnte, so dass wir letztendlich bei einer quadratischen Gleichung landen würden, die dann mit der PQ-Formel gelöst werden könnte. Aber zu Demonstrationszwecken möchte ich trotzdem einmal diese Gleichung jetzt behandeln mit unserer Lösungsformel. Wir müssen also im ersten Schritt jetzt zunächst einmal die Chirnos-Transformation anwenden. Das heißt, wir ersetzen Z durch W plus A Viertel. Ja, A ist ja bei uns gerade minus 3. Das heißt, in unserem Fall geht das Ganze dann über in W plus 3 Viertel. Das setzen wir ein in unsere normierte Gleichung und erhalten dann letztendlich die reduzierte quadrische Gleichung, die dann folgendermaßen aussieht, nämlich W hoch 4 plus P mal W Quadrat plus Q multipliziert mit W plus R ist gleich 0. Und PQ und R müssen Sie jetzt ausrechnen. Das überlasse ich jetzt einfach mal Ihnen. Das sind ja einfache Rechnungen. Wir gehen noch einmal nach oben in den blauen Kasten hinein. Da habe ich ja für PQ und R die Formel hingeschrieben. Das ist also einfachste I-Gebra. Das überlasse ich jetzt einfach mal Ihnen, um dieses Video hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn Sie sich nicht verrechnet haben, sollten Sie ja Folgendes rausbekommen haben. Für P den Wert minus 83 Achtel, für Q den Wert 105 Achtel und für R entsprechend den Wert von minus 675 256. Also wie gesagt, rechnen Sie das selber einmal nach. Dann erhalten wir mit diesen Werten jetzt unsere kubische Resolvente. Ich kürze das mal so ab. Die kubische Resolvente, die dann in unserem Fall folgendermaßen aussieht. Da wir ja PQ und R jetzt kennen, können wir die dann sofort hinschreiben. Das gibt Alpha hoch 3 plus 83 Sechzehntel in diesem Fall mal Alpha Quadrat. Dann geht es weiter mit plus 675 256. Multipliziert mit Alpha. Jetzt kommt ein Bruch mit relativ großen Zähler und Nenner. Im Zähler steht 32.175 und im Nenner steht 4.096. Und das Ganze ist dann 0. Das ist also die kubische Resolvente und die müssen diese kubische Gleichung jetzt lösen. Und wie die Lösung geht, das hatte ich ja in früheren Videos schon ausführlich besprochen. Ich notiere das für Sie ja noch einmal, wo Sie das nachschauen können. Beispielsweise im Video klassische Allgeber Nummer 8. Dort hatten wir angefangen, wie man eine kubische Gleichung löst. Und die endgültige Lösung finden Sie im Video klassische Allgeber Nummer 9. Auch das möchte ich hier diese Rechnung jetzt hier überschlagen einfach einmal und möchte einfach einmal diese drei Lösungen hier hinschreiben. Wenn Sie also das anwenden, diese Lösungsverfahren aus diesen beiden Videos, dann erhalten Sie hierfür Alpha 3 mögliche Werte. Der erste Wert wäre hier minus 65 Sechzehntel. Der zweite Wert wäre minus 32 Sechzehntel. Sie sehen also, das geht hier tatsächlich alles wunderbar auf. Und der dritte Wert wäre in diesem Fall 15 Sechzehntel. Also wie gesagt, versuchen Sie das mal selber nachzurechnen, ob Sie auch auf diese drei Alpha-Werte hier kommen. Und einen von diesen Alpha-Werten wählen wir jetzt aus, egal welchen Sie hier nehmen. Ich wähle jetzt hier für Alpha per Definition einfach mal den Wert für Alpha 1. Also minus 65 Sechzehntel. Damit gehen wir dann in die Gleichung für Beta 1,2 und Gamma 1,2 hinein, die ich hier oben ja noch einmal hingeschrieben habe. Die sehen Sie hier rechts schwarz eingerahmt. Also in Plus Minus Wurzel aus 2 Alpha minus P beziehungsweise in Plus Minus Wurzel aus Alpha Quadrat minus R. Wenn Sie da reingehen mit diesem Zahlenwert Alpha 1, dann erhalten Sie hier für Beta 2 Werte, nämlich Beta 1,2 würde dann hier liefern. Rechnen Sie das mal nach, nämlich Plus Minus 3 Halbe. Und entsprechend für Gamma 1,2 erhalten wir ebenfalls zwei verschiedene Werte, nämlich Plus Minus 35 Achtel. Ja, welche Werte nehmen wir jetzt für Beta und Gamma? Noch einmal zur Erinnerung, wenn wir noch einmal nach oben hingehen. Wir müssen ja auch in diesem roten Kasten hier links die zweite nicht-lineare Gleichung erfüllen. Das heißt, Minus 2 Beta mal Gamma muss Q gerade ergeben. Unser Q, ja was hatten wir für Q hier rausbekommen? Q war ja gerade, ich muss noch mal schauen, wo ich das hier finde. Ja, das sehen wir hier, Q war eine positive Zahl. Ich rahme sie einmal ein, nämlich Plus 105 Achtel gerade. Das heißt, wir müssen jetzt unser Beta und Gamma so kombinieren, dass Minus 2 mal Beta mal Gamma gerade einen positiven Wert ergibt. Und das heißt, entweder wählen Sie jetzt hier für Beta einen positiven Wert, dann müssen Sie für Gamma einen negativen Wert erwählen oder umgekehrt für Beta einen negativen und dann für Gamma den positiven Wert. Also ich habe hier folgendes einmal gewählt. Ich schreibe das vielleicht auch einmal hin. Und zwar habe ich hier gewählt für Beta den Wert Minus 3 Halbe und für Gamma habe ich gewählt den Wert Plus 35 Achtel. Und das setzen wir also in die zweite nicht-lineare Gleichung jetzt hinein und gucken, ob die auch erfüllt ist. Und das ist dann in der Tat erfüllt. Und wir erhalten dann mit der Schirnhaus-Transformation, oder besser gesagt, für W erhalten wir dann folgende Lösung, nicht mit der Schirnhaus-Transformation. Da habe ich mich versprochen. Das W erhalten wir ja aus der Lösung der quadratischen Gleichungen letztendlich. Das hatten wir ja oben ja gesehen. Wo steht das Ganze noch einmal? Ja, das habe ich noch gar nicht hingeschrieben. Wir schauen uns einmal an. Also wir suchen ja die Lösung letztendlich von der reduzierten quadratischen Gleichung, die hier noch einmal in blau umrahme. Das wäre aber äquivalent, wenn wir diese Gleichung hier lösen, mit diesen beiden quadratischen Termen hier. Das würde dann dazu führen, also daraus folgt, dass W² plus Alpha zum Quadrat ja sein müsste, Beta mal W plus Gamma zum Quadrat. Und wenn ich hieraus jetzt die Wurzel auf beiden Seiten ziehen würde, erhalten wir auf der linken Seite W² plus Alpha und auf der rechten Seite zwei Möglichkeiten, nämlich Plus Minus die Wurzel aus, ja dieser Klammer zum Quadrat, da brauche ich die Wurzel auch gar nicht mehr hinschreiben. Also Plus Minus Beta mal W plus Gamma. Und da wir jetzt Alpha, Beta und Gamma ja schon ermittelt haben, können wir diese Zahlen hier einsetzen. Wir erhalten dann zwei verschiedene quadratische Gleichungen für W, die wir dann nach W auflösen können. Und damit erhalten wir dann, auch das möchte ich hier im Einzelnen nicht vorrechnen, das können Sie selber mal versuchen. Wir erhalten dann für W letztendlich vier verschiedene Lösungen in diesem Fall, nämlich Minus 15 Viertel für W1. Für W2 erhalten wir dann ein Viertel. Für W3 würden wir in diesem Fall erhalten 5 Viertel. Und schließlich für die letzte Lösung W4 würden wir hier 9 Viertel erhalten. Sie sehen also, wir erhalten hier drei verschiedene reelle Lösungen für die reduzierte quadrische Gleichung. Wir suchen aber die Lösungen unserer normierten ursprünglichen Gleichung, das heißt die Lösungen für Z. Dann müssen wir einfach nur diese Gleichung noch einmal benutzen. Z war ja, das war ja die Schirrhoff-Transformation, war W plus drei Viertel letztendlich. Und das müssen wir für jedes W durchrechnen. Also für WJ erhalten wir ZJ. Und zwar für alle J-Werte aus der Menge 1, 2, 3 und 4. Wenn Sie das machen, müssen wir also auf jedem W-Wert, der hier steht, immer noch drei Viertel aufordieren. Und dann kürzen wir auch die Brüche entsprechend hier durch. Dann halten wir für Z1-Grade minus 3. Für Z2 würden wir den Wert 1-Grade erhalten. Und für Z3 dann den Wert 2. Und schließlich für Z4 den Wert 3. Sie sehen also, dass man in der ursprünglichen Gleichung ohne weiteres natürlich auch eine dieser drei oder vier Z-Werte raten könnte. Und dann natürlich das Verfahren vereinfachen könnte. Und nicht diese aufwendigen Lösungsformeln hier anwenden müssen. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Da habe ich mal eine kleine Skizze hier vorbereitet. Sie können das Ganze natürlich wesentlich schneller lösen, indem Sie ein geeignetes Computer-Algebra-System verwenden, wie beispielsweise Mathematiker, was ich hier benutzt habe. Dann geben Sie einfach den Befehl, löse die Gleichung ein nach Z auf und erspuckt Ihnen per Knopfdruck sofort die Lösung hier aus. Und Sie sehen hier unterhin gezeichnet einmal den Graphen der Funktion f von z dargestellt. Und Sie sehen hier, dass hier die Nullstellen tatsächlich bei minus 3 liegen, bei 1, bei 2 und bei 3. Ich rahme das hier mal so ein bisschen ein. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.